. Was ist das denn hier? Raubgrafen-Tunnel. Er baut im Jahre 1800 noch was. Ja, dann gehen wir doch mal gucken. Zieht es aber, oder? Ein bisschen. Hätte ich mir doch mal eine Kamera mitgenommen. Ja. So ein Shit. Na ja, kann ja keiner ahnen. Ne. Doch ahnen schon. Heil. Heil. Astrain. Boah. Wie sieht das? Boah. Sind wir draußen, ne? Was? Willst du da runter? Ja, da geh ich aber nicht runter. Oh, oder willst du da runter? Dann musst du da hinten wieder hoch. Was ist das? Gehen wir lieber von innen drinnen. Guck mal, die Steine hier. Ich möchte nicht wissen, wie viel hier sich schon auf dem Bad gelegt haben. Besonders mit Schnabelschuhen. Richtig tunnelig. Hier tropft es schon. Hier irgendwo. Ach, hier aus der Wand. Pass auf da, Mensch. Ich bin nicht. Ich fliege mich noch da hin. Hier fliegt es aus der Wand raus. Aus dem Stein. Uh! Manni. Der Grotenholm. ist aber in den Schildern steht. Ja, guck doch mal. Zuerst zur Kasse sind wir schon gewesen. Ach, dann kannst du von da aus auch reingehen, ne? Ne, sechs Euro. Sechs Euro Eintritt. Das ist mit Führung. Ja, und führen tun wir uns auch selber. Möcke. Sie hätten wir bis hierhin fahren können. Mit meinen... Was ist da? Mit Eingang... Ich bin eine Karte. Gehen wir erst hier hoch? Ja, ja. Ja. Guck mal. Hier die Eiche. Die Eiche. Die Eiche. Schöne Eiche. Eichel. Wenn Heike nicht hinter der Mauer wohnen würde, dann hätten wir sie mitgenommen. Fürst Otto von Bismarck. Fürst Otto von Bismarck. Ja. 80. Geburtstages. Kann man... Da vorne müsste man ja auch hingehen können, ne? Was jeden... Hein? Ja. Untertitelung. Vielen Dank.